Jo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Toast Podorni wieder für euch am Start und heute ist es endlich soweit. Ich droppe das Gewinnspiel, von dem ich schon lange, lange Zeit geredet habe. Wir haben es geschafft 400 Abonnenten zu knacken, wirklich danke für euren Support an dieser Stelle. Und nur für euch verlose ich ein Merchandise, den ich von Horst Hemke Werbetechnik bedruckt bekommen habe. Darunter fällt ein T-Shirt, was nicht von meinem Merch ist, was ich gerade auch noch dazu bekommen habe. Da steht drauf, danke Papa, dass ich kein PC-Gamer geworden bin. Ziemlich fresh ist ein schwarzes T-Shirt mit einer grünen Neonfarbe kann man sagen. Das gibt es in S, die Toast Podorni-Shirts gibt es einmal in M und einmal in L. Wie ihr daran teilnehmen könnt, ist ganz einfach, steht aber auch noch mal in der Videobeschreibung. Ihr müsst zum ersten ein Abonnent des Kanals sein, ein Like auf dieses Video da lassen und in den Kommentaren einfach schreiben, wo ihr das T-Shirt tragen würdet. Darunter möchte ich drei Orte von euch wissen, zum Beispiel in der Schule, draußen oder beim Sport oder keine Ahnung. Irgendwas, seid da kreativ, schreibt was ihr schreiben wollt. Und wie gesagt, oben rechts nochmal das Toast Podorni-T-Shirt eingeblendet und links nochmal das Danke Papa, dass ich kein Gamer geworden bin. T-Shirt eingeblendet an der Stelle mal. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß hier mit dem Gameplay von meinem allerersten H1Z1-Video. Mein erstes Spiel war das, das habe ich so glücklicherweise nebenbei mitgefilmt bzw. aufgenommen, weil ich die Aufnahme von der Playstation auf eine Stunde habe und dadurch das speichern konnte. Das war mein allererster H1Z1-Spiel auf der Playstation und auch mein allererster Win, wie man auch zum Ende noch hören wird. Deshalb bleibt knusprig, guckt euch mein Gameplay an und viel Glück beim Gewinnspiel. Ciao, ihr habt. ωigen kitchener WR-T-Shirt would dielikeweise auch noch zurнулenung, aufgenommen, die da? делают ja. �도 Microsoft Il Im im Incor BRAND 5 Vielen Dank. 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 Oh my God.